Sonne, Strand und Rock'n'Roll, das gibt es nur in Moemon. Und zwar auf Island 1. Okay, ich will fighten. Every morning I cut in the Sessel. Natürlich, wir wissen Bescheid. Okay, Kampf gegen Kampf. Wer wird gewinnen? Merle Punch! Kampf wird gewinnen. Aber welches Kampf war es? Mein Kampf! Yes! Ich will unbedingt Razav jetzt mal Level 40 bringen und what the fuck, was war das? Was ist das? Ist das eine Attacke, die nicht irgendwie Überschlag oder Überrolle oder so heißt? Ich glaube, das war die. Gasp, Gasp. Moos! Ich wollte eigentlich abgehen. Nein, kann ich nicht. Ich hoffe mal... Hm, ja, scheiße. Fick dich! Und dich auch nochmal. Gut. Gut. Du hast es nicht anders gerückt. Die haben ja zweimal das Gleiche. Wie können sie nur? Diese Sauträne. So. Gab es hier eigentlich was zum Heilen? Äh, würde mich jetzt wohl auch nicht mehr so großartig interessieren. Switch? So. Na, was haben wir denn hier? Äh, aha. Dann flammelt das Feuer in deinem Herzen. Das zweite Feuer. Ach so, irgendwie ist es... Ach, das... Ach so! Ach so, ich hoffe, dass... Mein Gedanke ist richtig. Ah, die Musik verrät schon alles, dass es eine heiße Quelle, wie es scheint. Aha! Ja, ich glaube, das heilt mein Pokémon, wenn ich hier reingehe. Ach so. Na, findest du mich auch? Oh ja, das ist eklig. Omas reden nicht über sowas, so. Ah, der Wasser ist perfekt warm. Es fühlt sich exquisit. Exquisit. Ash und die Pokémon waren vollen refreshen. Yes! Also im Klartext, unsere Pokémon sind wieder voll und wenn wir mal wieder Probleme haben, können wir einfach hier wieder hinkommen. Ja, ja, ja. So, jetzt kann ich ja wieder switchen. Na, nee, den Racer. Nasch muss stärker werden, Alter. Rennen, rennen, rennen. Oh, Trabi. Da, dich, woher ich dich richtig nicht will. Na komm. Komm. So. Ob ich dir mit deinem Training helfen könnte? Das könnte ich dich auch fragen. Kannst du mir ein bisschen mit meinem Training helfen? Dankeschön. Noch einer? Auch nein, der Racer. Ich versetze die R montage. die sämtchen das ist es ich habe und hoch ich habe vor eine super tolle auf die brust annau er um da also es wirkt immer noch schutz da schöne musik ja klar jetzt kennt ihr das auch ihr seid wollte es gerade einsetzen da steht das wirkt noch und dann ein paar schritte weiter ist dann weg das hatte ich schon ein paar mal das geht so erwerblich scheiße konfustrahl ich bin aus der konfusion sogar raus gewesen mann bin ich gut das ist leicht gewesen jetzt bin ich zwar vergiftet aber scheiße drauf ja klar jetzt nicht mehr warum ist immer sterben es war wirklich krasser und stößt und da will ich etwa auch ausgewechselt werden mit dem finger auf sich zeigt weil komm schon wirklich ja genau das ist ja fast das geht voll ab wie und rein schöne sache nicht wahr so nachkommen ja die macht er nur gut natürlich will ich da rein so 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 und so oh ein angler na hallo wait wait a second ich glaube ich habe einen großen an der angel du hast vielleicht einen großen sitzen aber mehr nicht gut das sieht gar nicht mal so schlecht aus da die alle so schwach sind die viecher kann ich die locker fertig machen und kann da schön aufsteigen mit dann ist das ein gold king vorgehen schlafen 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 dann mache ich schon wieder ein level auf und so ich sollte vielleicht eigentlich einfach mal zu taubos wechseln und das sollte auch mal wieder aufsteigen das ist jetzt mein schweiz ist ja jetzt ist es nicht mehr rassert jetzt ist das taubos btj ha 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 aber gleich steigt es ja sowieso auch auf dann ist das ja völlig in ordnung so viel dazu blablab ein goldini ich meine hey goldini ist kein ne was mh ok den stoß und damit war es das so wir müssen aber fast dieses eine island hier fertig haben bin ich der meine aha ja das das ist die perfekte stelle damit der schutz auf wird der fein ist sogar schon in meiner freste jetzt mal ehrlich na mount amber ok was zum ist das ein waldberg gruselig L also ich hab kein bock dass Pokemon für mehr Explosionen lerren bringt sowieso nicht das ne scheiße attacke Team Rocket? Over here! We'll try digging here! The treasure of the admins! Egal! Scheiß drauf! Ich hab keine Lust zu reden! Oh man! Jetzt aber mal ernsthaft! Back! So! Also sie wollen da gaben! Keine Ahnung warum! Fragt mich nicht! Das wird sich wahrscheinlich noch klären! So! Schneller! 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 So! Zuck! Und zuck! Und zuck! Und zuck! 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 Hallöle! Oh Pokémon Ranger! Die gibt's schon ab dieser Edition! Ich dachte die gibt's als Rubin und Saphir! Aber wie gesagt ich weiß gar nicht ob das voraus kam oder Rubin und Saphir voraus kam! Das werden wir nie erfahren! Gut! Wie nett! Was? Was? Oh! Hey ja jetzt! Alter! Das ist so unnötig! Wenn es nur noch ein KP hat ein Critical Hit zu machen! Unnötiger geht's gar nicht! Duft nur! Da hab ich doch perfekt gewählt! Was? Ich dachte... Alter! Ernsthaft! Mann! Bei mir treffen die so Sporen! Nie wenn ich sowas einsetze! Bloom! Oh mein Gott! So Bloom! Und hier kommt ein Doom! Hahaha! Was für ein Wortwitz! Ach Dich! Du famous doch Sort! Ich weiß es jetzt nicht! Ich bin nicht der Experte für sowas! So, du leh! Was macht... äh, hm, 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 hm... eh, äh... Ach so! Neh, ist nicht wichtig! Äh, da! Paralyse Heiler! Zack! Ja genau, friss es! Friss und vergiss. Und du auch noch. Dann sollte ich jetzt wohl irgendwie euch ein bisschen auffallen. Friss. Gut gemacht. Und du kriegst das natürlich auch noch. Ich bin ja nicht so. Und natürlich noch einmal. Wir sind ja sehr nett heute. Genau. So, dann lass mich mal vorbei. Lulululululululululu. Was? Ich brauche Zertrümmerer hier? Oder ich gehe einfach hier lang? Achso, ist der Effekt schon weg? Habe ich jetzt gar nicht mitgekriegt. War der Effekt schon weg von Top-Schutz? Dann gucke ich doch mal. das er ist dort ein bisschen er war schon weg kann man nichts machen nach wenn du eine abkürzung gewesen ist der trümmerer und werden an einem trainer vorbeigegangen interessiert mich aber nicht denn ich will ja sowieso in der marten gott das zurück mit einem mega punch ich auch hier in der face die man schauen schon hier zweimal noch schaden ich habe mir doch ganz besser mutter von es ist hier auch ein item immer wieder gut daher geht Kein Plan, was das jetzt sein soll Aber Was zum Ähm Achso, achso Geht jetzt weiter Ich dachte eben gerade was zum Ja, so ein Was zum Moment, den kennt ihr doch sicherlich gut Mega Bonn Alter Jedes Mal Treffen die, was soll die Scheiße Okay Okay Will, Coco Boy My God, Eierbombe Glückeschlag, tot Level up Ooh, dead was fort Ja, ich weiß, ich bin Heiß So heiß wie Eis Ne, warte mal, Eis ist nicht heiß Eis ist ein Scheiß Oh, warte mal Ich muss ja Relaxo noch trainieren Fuck, ist mir gar nicht aufgefallen Scheiße, ist mir gar nicht aufgefallen Dass Relaxo da noch rumgammelt Oh, jetzt bin ich noch tiefer in diesen Komischen Dings da drin Full Restore Nö, danke Ich brauche nur Antidote Kommt schon Blalalalalalalala Mount Amber Was geht hier vor in Mount Amber Es ist so heiß hier drin Wie es ausschaut Spürt ihr die Hitze Und das hat's jetzt vollgebracht Gut, wo bin ich jetzt hier Achso, jetzt bin ich hier Gut, weil hier müsste ich so ein Rätsel mit verschieben und so machen Keine Lust Außerdem würde mir das nur ein Item einbringen Und für so ein Item zerbreche ich mir nicht den Kopf Dafür bin ich nicht geschaffen Du-di-de-du-di-du Ist hier noch was? In der Tat Ein Item Haha, dafür zerbreche ich mir doch gerne den Kopf Einen Ultra-Ball Genau Ultra hört sich so stark an Dabei ist es nichts anderes als ein Hyper-Ball Gut, ein kleines bisschen Rätsel-Time So, zack, zack Das sogenannte Rätsel führt zu einem WUT Das ist mir jetzt aber neu In den alten Editionen ist doch laut meinen Informationen Lavados in der Siegestraße Okay Wieder mal ein Beweis dafür, dass ich saulange Feuerrot und Blattgrün nicht mehr gezockt habe Ähm I setz in a safe start Gut, dass ich einen Hyper-Ball jetzt habe Und Dann werde ich wohl Oder? Ne, ich setze mal Reitschuhe ein Werde ich wohl Reitschuhe einsetzen Und dann geht's in den Kampf Ja Und die Kampfmusik ist eigentlich ganz cool, muss ich sagen Bans Bans Das hat Skill Das sieht cool aus Moltres Show me what you got Oh, 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 oh Ich glaube, das reicht aber noch lange nicht, um es zu fangen Hm Da muss ich das anders irgendwie machen Jetzt würde es ja Oder warte mal, würde es durch Quick Attack überleben? Oh, da will irgendwie Himmelsfeger oder so einwitzen Okay, Quick Attack überlebt es sogar noch einmal Yes Gut, dann Ja, ja, setzt du Haha, daneben So Dann setze ich jetzt ein Safe State So, und jetzt geht's ab Jetzt geht's ab So Ultra Ball Mal wieder verschneller Okay, die Prozedur Zack Habe ich jetzt eigentlich das Richtige gewesen? Äh, war das jetzt das Richtige Safe State? Na, das ist das Richtige Safe State Ich glaube, das war noch vom Safe State von Ark Das, was ich eben geladen habe Haha So Also, überspeichern So, und jetzt kann ich das mal wieder schön machen Nein, so will ich das nicht Nein Irgendwann klappt es Irgendwann muss es klappen Ich meine Ich will ein Lavados Lavados ist ein sehr cooles Pokémon Ein wirklich cooles Ich Ich lobe dich gerade die ganze Zeit Warum gehst du nicht rein? Hallöle I lobing you Ich will Lavados Dieses legendäre Vieh Es ist legendär Und ich muss es haben Schade, dass ich nur einen Überball habe Weil Arktos hatte ich wenigstens zwei Komm schon Du hast doch eben gerade auch zweimal gewackelt Verdammt Scheiße Schon wieder zweimal gewackelt Das kriegt Irgendwie muss es doch klappen Ach ja Ist das nicht ein wunderschönes Leben? Es wackelt und wackelt und wackelt und wackelt und wackelt Dackelt Nein Und und Oh Dreimal Dreimal Have you seen this shit? Zweimal Nullmal Kriegst du hin? Mann Es muss klappen Sonst hätte es nicht eben dreimal gewackelt Ist es nicht immer wieder das gleiche? Es ist Einfach eine geringe Prozentchance, dass es einfach reingeht Sagen wir mal so 10% glaube ich Komm schon Du bist ein Lavados und du siehst verdammt cool aus Ich will dich haben Komm schon Ich will dich haben Ich will dich haben Ich will dich haben Komm schon So Lalala 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 Guck damit Mann So Mann Geh doch mal Rein Du bist schwieriger als Arctus, das steht fest. Du bist auch wilder, aber... BAMS! BAMS in your face of steel! Yes! Ah, ist das schön! Ähm, ja, es ist ein... Das legendäre Vogelpokémon des Feuers! Ja, ja, ist irgendwie cool, aber gut. So, damit haben wir auch Labados. Aber wartet mal! Wie kommst du Labados? Aber, wie kommen wir jetzt auf Island 2? Ich glaube, das geht durch Schwimmen irgendwie oder so im Scheiß. Rinnisch! Rinn! Uäh, scheiße! Hä, hä, hä! Ich habe Labados gefahren! Ja, jetzt reinig zur Baukoma-Zeitung, ja! das ist so kommt ab 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 ich schließe sich vor ein weiteres sagt so schnell alles schön verschnelleren scheiße lol gut für die röder die das aussieht die röder 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 ich bin so eine stetschen schützen hat sich auf der Insel überhaupt mal Prozent Prozent des Kassels das ist schlecht da er kann man war an so schneller so Ganz genau. Na, wer bist du? Ja, ja, schönes Klima hier. Und wer bist du? Wie geht's jetzt eigentlich mit Bill und so voran? Junge Menschen wollen überall rum, aber sie will hier für immer bleiben. Auch schön. Du, die, ach da ist das Pokémon Center. Ah, ach so, okay, es geht immer noch nicht weiter. Gut, dann gucken wir jetzt einfach. Ich glaube, soll ich, soll ich, um es mir ein bisschen leichter zu machen, ja, soll ich, soll ich, ähm, Rassaf, Rassaf ablegen? Was meint ihr? Rassaf, ich glaube, ich lege Rassaf ab. Wir wechseln einfach immer mal wieder, ständig für, natürlich, Labbadus, ne? Also, was, der PC funktioniert nicht? Verdammt! Warum funktioniert der PC nicht? Das erfüllt mich mit Trauer. Ähm, kann ich hier irgendwie jetzt zu den Islands fahren? Oh, hoi, where do you want? Two Island, Three Island, Exit. Okay, ich nehm Two Island. All right! So, super, auf Two Island. Super, toller Name. Und da ist ein Pokémon Center, ey. Super. Und ich glaube, wir sollten auch den Part langsamer werden. Gut, dann, ach ne, Pokémon habe ich halt schon geheilt. Äh, wechsle ich zu Labbadus, offscreen, und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dahin erstmal, tschüssle!